Schönen guten Abend. Wir haben in Systeme über IP-Adressen gesprochen, haben da geschaut, wie die ausschauen, was man da so auslesen kann. Und im Spezifischen haben wir IPv4-Adressen eben gesehen. Also die IPv6-Adressen sehen wir dann in einem anderen Jahr. Und jetzt wollen wir dazu noch etwas sehen. Und zwar wollen wir uns ein paar Werkzeuge anschauen. Und ja, und zwar Werkzeuge, um mit dem Netzwerk zu arbeiten. Also uns interessiert uns weniger, wie das irgendwo in den Konfigurationen drinnen möglich ist. Wenn wir da hineinschauen, Systemeinstellungen, dort kann man dann irgendwo das Netzwerk suchen. Und dann kann man dort dann auch irgendetwas konfigurieren. Das interessiert uns jetzt mal weniger. Das ist bei jeder Distribution etwas anders, wie man das konfigurieren muss. Aber uns interessiert, wie wir auf der Befehlszeile bestimmte Sachen machen können. Wie wir auf der Befehlszeile dann vielleicht irgendetwas nicht konsistent in den Konfigurationen ablegen können. Aber wie wir Dinge abfragen können und vielleicht mal ändern können, gell? Solange ein direkter Network-Manager herkommt und diese dann wieder platt macht, gell? Okay? Also, gehen wir mal schauen. Also das Erste, das Erste ist ein Klassiker. Und der Klassiker heißt ifConfig, gell? Und dieses ifConfig, gell? Das gibt es eben im Unix-Bereich schon lang und ewig, gell? Und, ja, und da, was macht ifConfig? Wenn wir es einfach nur so aufrufen, dann gibt es uns Device für Device, also für jede Schnittstelle, die Konfiguration aus, gell? Also hier dieses ENP2S0, das ist meine Ethernet-Schnittstelle, gell? Also die kabelgebundene Schnittstelle, dieses WP3S0, das ist meine Wireless-Schnittstelle. Und dieses Loopback da, das ist dann diese interne Schnittstelle, gell? Sollten wir kein anderes Netz haben, dann haben wir zumindest dieses interne da, diese Adresse für Localhost dann, gell? Okay. Ja, und die ist, gell, normalerweise 127.001 oder so ähnlich. Wie schaut es jetzt da aus, gell? Also, auf Ethernet habe ich zwar eine Konfiguration, aber ich habe keine IP-Adresse, gell? Warum? Weil jetzt, äh, ja, kein Kabel dran hängt. Ich hänge also über Wireless da im Netz und nicht über Ethernet, gell? Und ich kann jetzt da die MAC-Adresse auslesen, gell? Aber ich habe keine IP-Konfiguration. Also, und die andere, gell, die werden wir da schön drauf mal noch in den Routen lassen. Das ist meine Wireless-Schnittstelle. Und über diese Schnittstelle da gehe ich im Moment dann ins Internet, gell? Mhm. Also spielen wir mal mit unserer Ethernet-Schnittstelle. Okay. Äh, um jetzt mit der Ethernet-Schnittstelle etwas zu machen, muss ich den Namen angeben, das Gerät, gell? Also, ENB2S0, so. Und jetzt habe ich dann nur mehr diese Schnittstelle, die ich da bekomme, gell? Ja, könnt ihr mal machen, könnt ihr mal, ja, könnt ihr sie auch ruhig runterfahren, gell? Also, da daumen, gell? So. Und sag ihr, ich darf das nicht. Haha. Der traut sich was, gell? Mir zu sagen, ich darf das nicht, gell? Ja, das, äh, machen wir es mal da, gell? Also, if, äh, config, gell? E, äh, B2S0, da. Gell? So. Kein Fehler. Schauen wir mal, was rauskommt, gell? Ja, wir haben sie heruntergefahren, da ist sie auch heruntergefahren, gell? Okay. Ich kann hier aber auch jetzt etwas machen. Ich kann sie wieder hochfahren, gell? Und, äh, ich kann dann eine Adresse vergeben, gell? Also, ich kann sagen, if, config, äh, das Gerät, gell? Unter 72.16.0.1 ab, zum Beispiel, gell? So. Und wenn ich es mache, if, config. Äh, so. If, config, enb2S0. So, was steht denn drin? Aha, gell? Es steht drin, 172.16.0. Es ist eine Broadcaster drin, äh, Castadresse drinnen, und es ist die Netmaske drinnen, gell? Und zwar nimmt er die Default, ähm, Setzen mit, Netzsetzen mit, für Host, gell? Die wir für Klasse B-Netze haben, gell? Wollen wir das nicht so Default-mäßig nehmen, gell? Dann müssten wir das angeben, gell? Also, gehen wir da mal her. Sagen wir da, Netmaske, gell? Schreiben wir 255.255.255.0, so, gell? Und dann sagt er, was sagt er dann, äh, ah, Netmax kennt ihr nicht, die Netmaske, so, jetzt, okay. Also, wenn wir es jetzt da angeben, gell, dann kommt was anderes heraus, gell? Kommt eine Netmaske heraus, gell? Wo wir 24 mit Netz haben, gell? Okay, also, die Angabe eines Netzes, äh, umfasst dann nicht nur die IP-Adresse, sondern auch die Netmaske. Das ist wichtig, gell? Okay, ja, und jetzt könnte ich das Ganze auch wieder herunterfahren, gell? Sagen wir da das da, down, so, und, und weg ist es, äh, nee, nicht weg. Ja, das ist einer, gell? Also, er folgt nicht. Okay, ist egal. Äh, denn, warum ist egal, egal ist nicht, aber, äh, wenn ich da auf ifconfig gehe bei Wikipedia, dann wird dann das alles schön erklärt, gell? Ist gut und recht, und dann steht unter Linux wurde ifconfig durch IP-Root 2 und da drinnen dann der IP-Befehl ersetzt, aha, gell? Und, ja, das wurde schon vor Jahren angekündigt, gell? Und wer jetzt zum Beispiel das neue Ubuntu 20.04 herunterlädt, gell, der hat kein ifconfig mehr, gell? Weg ist es, gell? Der muss mit IP arbeiten, gell? Und, ja, wie funktioniert IP? Also, IP, weil, muss man, IP hat viele Möglichkeiten, wenn ich da mal tap tap mache, dann kommen alle diese raus, gell? Und mich interessiert jetzt mal die Adresse, IP, adder, show. Und dann sagt er mir, aha, das sind meine Schnittstellen, gell? Also, zuerst mal dieses interne Loopback, dann habe ich da meine Ethernet, gell? Und dann habe ich meine Wireless, mhm. So, und jetzt will ich was machen. Jetzt will ich eine Adresse, äh, jo, setzen, na, wohl machen wir mal zuerst da dieses Flush, und zwar, äh, und zwar was denn vom Device, und zwar welches, dieses EMP2S0, so. Und damit, äh, gehe ich die Adressen an diesem Gerät löschen, gell? Okay. So, also, gehe ich her, nochmal schau, und, aha, hier hat es funktioniert, gell? Also, wir sehen, also, IP ist nicht nur jünger, IP ist auch mächtiger, gell, als das if-config, gell? Okay. Also haben wir einmal IP-Adress, show, und einmal, äh, mit IP-Adress, Flush, Device-Angabe, und dann werden die, äh, Adressen dort eben gelöscht. So, und jetzt wollen wir eine Adresse hier dazugeben, gell? Also, IP-Adress, gell, machen wir 172.16.0.1, slash, mit dieser C-I-D-R-Schreiheweise, 16, mhm. Und dann müssen wir angeben, an welchem Gerät, an welcher Schnittstelle, EMP2S0, so, das war's. IP-Adress, show, okay, und wir sehen, die Adresse ist da, und zwar mit, slash, 16, so wie wir das angegeben haben. So, und jetzt machen wir noch was ganz anderes, wir gehen noch eine Adresse hinzufügen, gell? 192.168.0.1, slash, 24, gell, also ganz so eine typische Adresse. Nimmst du zu Hause vielleicht eine andere, gell? Aber, ja, okay, äh, also nimmst du eine andere, wenn ihr in einem solchen Netz da seid. Hätte ich auch vielleicht machen sollen, weil ich bin, nein, ich bin nicht in dem Netz. Seht's, ich bin da in einem anderen, gell? Ich bin in 192.168.43, und kapiere das 192.168.0 konfiguriert. Also, es sind zwei verschiedene Netze, gell? Okay, also, IP-Adress, show, und ich sehe jetzt, ich habe an diesem Gerät, gell, an dieser Schnittstelle, zwei Adressen, gell? Also, wir haben gesagt, eine Adresse kann, ne, eine Schnittstelle kann keine Adresse haben, eine Schnittstelle kann eine Adresse haben, gell? Und das ist ganz das Typische, gell? Oder eine Schnittstelle kann auch mehrere Adressen haben, und das haben wir gerade gemacht, gell? Wollen wir jetzt eine einzelne löschen, gell, dann machen wir IP-Adder, gell? Jetzt könnte ich das wieder mit der Flasche machen auf dem Gerät, gell? Device EMP 2S0, und dann wäre alles weg. Ich kann aber auch eine einzelne Adresse rausnehmen, gell? Adder, so, und zwar statt Ad mache ich Dellen, und dann muss ich aber die Adresse angeben. 172.16.0.1.16, so, wir haben das schon, und wer ist doch da, gell? Aha, die 172.16 habe ich gelöscht, die 172.168.0 Adresse ist noch hier, gell? Okay, und das kann ich machen, gell? Solange mir keiner meine Konfiguration überschreibt, gell? Also, ich muss da sagen, das hat man früher oft ohne Probleme gemacht, gell? Ganz frech, also bei einer alten Distribution, das irgendwo in eine, ja, in eine Konfigurationsdatei hineingeschrieben, die eben beim Starten des Rechners geladen wurde, und so hat man da ganz frech ein paar Konfigurationen gesetzt, gell? Und, ja, das war also nicht so ganz das Wahre, gell? Und, ja, als ich das erste Mal so ein Suse Linux in der Hand hatte, gell, da hast du diesen Yast, gell, so einen Konfigurationsmanager gegeben, gell? Und der hat da ständig alles überschrieben, gell? Also habe ich da auf Konfig gemacht, und der zack, zack, weg war es wieder, gell? Okay, also, das war, ja, eine überraschende Erfahrung, gell, okay. Auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, wenn irgendwo ein Networkmanager unterwegs ist, gell, der Konfigurationen ausliest und die dann anwendet, gell, dann werden solche Änderungen, die wir händisch in der Shell eben schreiben, dann einfach überschrieben, gell? Aber es ist nett, solche Sachen dann vor allem zum Auslesen, gell? Oder eben, wenn man also Networking spielen will mit einer Redistro, die uns eben das zulässt, gell? Okay. Also Wunder ist doch nicht so ganz der wahre Freund, gell? Also da, der ist viel zu autonom, gell? Mhm, okay. Ja, auf jeden Fall. IfConfig, das ist das alte. IP ist das neue. Die Frage ist jetzt, wie ist das unter Windows, gell? Ja, da gibt es das auch. Da haben sie es IP-Config genannt, gell? Stativ-Config, IP-Config, gell? Und wenn man nachlesen will, gell, unter Windows, gell, kann dann mal schreiben IP-Config, gell, äh, slash help, gell? Oder slash hast, slash help, gell? Und da bekommt er einen ganzen Haufen Sachen, gell? Will er mal alle Informationen auslesen, gell? Macht er halt IP-Config-slash-all, gell? Und, ja, hier gibt es es nicht, gell? Äh, aber unter Microsoft bekommt er dann eine ganze Liste von Informationen, gell? Mhm, okay. Ja, also das zum Setzen der Adresse. Äh, jetzt wollen wir was anderes machen, achten, und zwar, wir wollen das machen, was ein, ja, BING ist, gell, also BING, äh, gell, das ist so ein, ja, Debug-Instrument, gell? Das hat es nicht immer gegeben, wir haben gerne mal als einer geschrieben, und das antwortet dann, und sagt nicht nur, ja, eine Verbindung besteht mit einem Rechner, oder besteht nicht, gell? Er sagt auch etwas über die Zeit aus, gell? Und das ist das, was wir lieben, gell? Wenn ich da mal schauen will, tfupzeit.it, gell, und, aha, okay, ja, 100 Millisekunden da, gell, also bin ich vielleicht nicht im schnellsten Netz, gell, aber es läuft mal, gell? Mhm, okay. So, ähm, BING, gell, gibt es unter, ja, Unix-ähnlichen Systemen, gibt es unter Microsoft, gell? BING hat es, ich kann mich erinnern, das als Modul sogar unter Novel-Netwerk eben, gell, hat man dann Load-BING gemacht, gell, und dann hat man so ein Modul bekommen, gell, so, ja, ja, okay, auf jeden Fall, BING ist ein Instrument, das man an allen Ecken und Stellen mal so ein Debugging des Netzwerkes dann eben bekommt, und was ein wertvolles Instrument eben ist, gell? Okay, so, und, ähm, ja, was wollen wir da noch anschauen heute? Wollen wir mal, äh, Route anschauen. Was ist denn Route? Route, das liest uns die Routing-Tabelle aus, gell? Und zwar, ähm, brauchen wir hier mal dieses Erste und die Dritte Zeile, das sind die Wichtigsten, gell, und die Erste und die Dritte Zeile bedeuten, und zwar, die Dritte bedeutet, wenn du irgendeine Adresse im 192-168-43.0-Netz eben finden willst, dann kannst du dich, ja, ohne an einen Router zu finden, der ist nichts eingetragen, einfach an die Schnittstelle da wenden, weil du draußen wirst es finden, gell? Warum? Welches Netz ist das? Das ist mein Netz, gell? Also, ihr habt da hinter mir den Hartz-Bad, gell? Und alle Geräte, die hier drinnen sind, die sind in diesem Netz drinnen, also brauche ich keinen Router, gell? Okay? Aber das gilt nur für die Geräte in diesem Netz. Will ich hingegen ein Gerät finden, das nicht in diesem Netz ist, dann muss ich über einen Getaway, gell, äh, oder Router, gell, in die große Weite Welt hinaus. Und das ist genau dieser erste Eintrag, gell, der erste Eintrag, alles andere, gell, die Fault steht hier, wenn man dieses Minus-N nicht angeht, gell, okay? Die Fault geht über diesen Router dann in die große Weite Welt hinaus, gell? Und so kann man dann, wenn man, äh, ja, nicht über die HCP diese Information bekommt, auch das mal händisch setzen und damit auch mal arbeiten, gell, okay? Also, wenn ihr irgendwo einen Getaway angeben müsst, einen Router angeben, gell, dann müsst ihr diese zwei Sachen setzen, gell? Einmal das eigene Netz erklären, wo wir sind und einmal alle anderen, gell, okay? Ja, das ist das, was man zur Router unbedingt haben muss, um in ein Netz hinauszukommen. Viel zum Beispiel dieser Default-Eintrag, gell, kommen wir nicht ins Internet, gell, also das brauchen wir, um ins Internet zu kommen, gell, okay? Ja, und, äh, ja, das könnten wir jetzt auch da, äh, ja, löschen, gell, aber können wir machen, Rot, Dell, gell, gell, mhm, den Default-Gettory, gell, den 192.168.0, nein, Punkt 43.1, gell, und wenn wir das jetzt so absetzen würden, gell, dann, ja, dann wäre er weg, gell, okay? Und, ähm, würden wir dann noch ins Netz kommen, gell? Die Antwort ist nein, gell? Machen wir das mal. Uh, gut, weg ist, gell, kann man jetzt noch ins Internet? Also klicken wir da mal irgendwo drauf, bekommen wir eine Fehlermeldung, gell, okay? Jetzt gehe ich da her und sage, äh, mache ich das Gegenteil, add, gell, so, und, äh, root, so, und es ist wieder da, gell, okay? Äh, und jetzt müsste das wieder funktionieren. Nochmals versuchen, okay, genau, hat dazu funktioniert, okay? Also, äh, root ohne Mix oder root minus N, ohne dass man die Namen angibt, sondern nur die IP-Adressen, gell, und mit root-at-default-Gettory kann ich ein Getaway angeben, und mit root-del-default-Gettory und dann die Adresse kann ich den wieder löschen, gell, gell, okay? Also das, ähm, sind die elementarsten Befehle, um eine statische Routing-Tabelle eben zu editieren, gell? Was man hier noch angeben kann, wenn man also ein Root anschaut, man kann eine Gerätedatei angeben, äh, also man root, so, man kann auch eine Gerätedatei angeben, also dev, und dann die Schnittstelle, um zu spezifizieren, um welches Gerät es sich handelt, gell, also wenn wir da, äh, dieses Delta nochmal machen, gell, und dann dieses Add, gell, da könnte man da noch angeben, dev, ENP2S0, so, und, äh, Netzwerk nicht erreichbar, so, so, aha, jetzt habe ich zu viel versprochen, gell, mhm, aha, jetzt ist die überhaupt nicht mehr da, und, äh, und, äh, doch, es ist schon da, gell, okay, nochmal, root, gell, okay, und dann machen wir root, Add, add, ENP2S0, müsste schon stimmen, gell, schreiben wir mal ETH0, gell, auch nicht, kein passendes Gerät gefunden, okay, auf jeden Fall, gell, er hat jetzt in diesem Moment, mhm, liest er Informationen, wie ifconfig, wo er dieses Gerät nicht findet, gell, und das ist nicht so toll, gell, okay, also machen wir es nochmal ohne, gell, lassen wir es ihn selber machen, und dann schafft er es, gell, okay, gut, mhm, okay, ja, also, mit diesem root können wir den Weg, die Wege abfragen, gell, wir können eine Default Gateway angeben, wir können da aber auch zum Beispiel sagen, wie man in bestimmte Netze kommt, gell, wenn wir mehrere Schnittstellen haben, können wir auch sagen, ja, da, gell, da, 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 ja, da, da geht es nach Meran, und da, da geht es nach Brixen, gell, okay, also können wir zwei Schnittstellen angeben, mit verschiedenen Richtungen, gell, und das sind dann immer noch statische Routing-Einträge, gell, aber die braucht man, gell, und solche Sachen, das ist dann etwas, was man ja heuer jetzt auch sagen, es gibt es, gell, das ist die Navigation im Netz, gell, aber vor allem in der vierten Klasse gibt es einen Abschnitt, wo man sich sehr, sehr stark mit diesem Routing beschäftigt, und solche Routen dann anschaut, gell, mhm, okay, ja, so viel zu Rout. Ja, ähm, noch etwas anderes, und zwar dieses ARP, gell, das hat nichts mit dem ARPanet von 1989 zu tun, ARP liest Informationen und sammelt Informationen der Beziehung zwischen den IP-Adressen und den dazugehörigen MAC-Adressen, gell, gell, und wenn wir da so mehr solche Beziehungen haben, dann können wir auch eine größere Tabelle bekommen, wo wir solche IP-Adressen und die dazugehörige MAC-Adresse dann eben haben, gell. Also ich habe hier ein sehr kleines Netz, ich habe nur, äh, ja, mein Laptop hier und hinter mir den Hotspot, gell, gell, und da findet er nichts anderes als das Gerät, das den Hotspot macht, gell. Wenn wir in der Schule wären, gell, in der Schule könnten wir hier dann auch unsere Nachbargeräte kennenlernen, gell, und dann sagt er, ah ja, den kenne ich schon, der hat diese MAC-Adresse, gell, das muss ein Kollege sein da in der Nähe, gell, okay, und ja, der hat diese MAC-Adresse, und dann hat er auch eine dazugehörige IP-Adresse, gell, und diese SAR, das ist so ein Tool, das die Schnittstelle, äh, zwischen Layer 3 und Layer 2 dann auch darstellt, gell, und das ist dann eine feine Sache, gell, okay, also man braucht es nicht oft, braucht es nicht oft als Benutzer, gell, aber es ist interessant, wenn wir wissen, dass die Hardware solche Sachen braucht, gell, also die Hardware arbeitet nicht nur auf Layer 3, sondern auch auf den unteren Layer, gell, okay, ja, das da, ja, äh, dann schauen wir uns noch was anderes an, das haben wir eigentlich schon gesehen, das ist dieses NS-Lookup oder DIC, gell, die habt ihr ja schon programmiert, gell, äh, in DB, gell, da steht eben noch eine Programmierung, gell, NS-Lookup, gell, und wir können hier einen Namen abfragen, gell, NS-Lookup, äh, ja, was fragen wir ab, www.dfopz.id, und was kommt denn raus, es kommt raus, dass, also, das die IP-Adresse unseres Servers ist, gell, schauen wir mal, machen wir die nicht, gell, und was kommt denn raus, das gleiche, gell, ja, das ist ein Server, sind nicht mehrere Server draußen, gell, mhm, okay, und wenn wir DIC machen, gell, DIC.dfopz.id, dann bekommen wir wiederum diese Information, und wir bekommen noch ein paar andere Informationen zu den DNS-Einträgen, gell, also das sind DNS-Abfragen, gell, abfragen, gell, die uns zu den Domain-Names dann dazugehörige IP-Adressen liefern, gell, gell, okay, ja, also DIC und NS-Lookup, gell, das sind da zwei Freunde, NS-Lookup, das ist der ältere Kollege, gell, vielleicht ist er auch verschwunden aus einem jüngeren Ubuntu, das habe ich noch nicht überprüft, gell, und DIC auf jeden Fall ist das jüngere von diesen da, gell, mhm, okay, ja, was ist denn da noch so interessant, gehen wir mal, Dresrout, also, Dresrout, ach so, habe ich ja noch Dresrout 6, nein, da brauche ich noch etwas, apt-update, gell, jetzt gehen wir da gleich eine kleine Installation machen, und dann gehen wir apt install Dresrout aufrufen, gell, und dann geht er uns da ein kleines Software installieren, gell, okay, so, Dresrout, und jetzt gehen wir uns einen Weg anschauen, gell, also da geht die Spur dann verfolgen, gell, gell, also, gell, die Spur, die wir auf dem Weg zu einem Rechner dann eben hinterlassen, gell, die Spur zu DFOPZ, net zum Beispiel, gell, und wenn wir diese Spur mal anschauen, gell, dann sehen wir, aha, oh, da geht er alles Mögliche machen, so, okay, gemacht, geschafft, okay, gell, also, da können wir jetzt was auslesen, und zwar, die erste Station, das ist der Hotspot hinter mir, gell, also, der ist 192, 168, 43, 1 für mich, dann geht es weiter zu 10.56.0.1, und das ist interessant, gell, und zwar, die 10er-Adressen haben wir gelernt, das sind private Adressen, das bedeutet, der Provider, gell, also, den ich da hinten benutze, der gibt mir keine offizielle IP-Adresse, gell, der gibt mir eine 10er-Adresse, also, ich bin also in seinem privaten Netzwerk, ich bin nicht im Internet, gell, okay, also, wenn sie euch alle sagen, aha, wir geben euch Internet, gell, okay, viele geben euch nur solche private Netzwerke, gell, okay, auf jeden Fall, ich gehe jetzt in sein privates Netzwerk, da gehe ich noch weiter, immer noch in seinem Netzwerk, so, und Station 5, gell, das schaut jetzt anders aus, also, da, äh, da gehen wir jetzt weiter, das ist nicht mehr ein privates Netzwerk, gell, okay, sehe ich es auch nicht, gell, so, und, das ist ja nicht, gell, da los, gehe ich da nach Frankreich, okay, kann schon sein, gell, und dann, mhm, dann gehe ich da, mache da ein paar Sprünge, gell, und dann, aha, 13, jetzt bin ich im Rechenzentrum angekommen, das ist also, jetzt geht es ins Rechenzentrum, und im Rechenzentrum, gell, die dritte Station ist unser Server, gell, ja, so können wir mit Dresdrut die, die, die Wege verfolgen, gell, also, das ist wie Hänsele und Gretele, Hänsele und Gretele, weil die haben auch, ja, die Spur verfolgt, gell, okay, mit den Steinen ist es recht gut gegangen, gell, mit den Brotbrösel weniger, gell, okay, und Dresdrut geht uns diese Wege hier verfolgen, das geht hier recht gut, ich bin hier nicht in der Schule, in der Schule hinter einem Firewall, gell, da sind solche Sachen manchmal geblockt, kann man die nicht so schön verfolgen, gell, das ist schade, gell, aber, ja, euch zu Hause könnt ihr das auch dann mal probieren, gell, mhm, okay, ja, das war Dresdrut, ja, was haben wir sonst noch so als Debugging-Tool, da gibt es so Sachen wie zum Beispiel, ja, also Netz-Stadt, gell, okay, da ist, Netz-Stadt liefert uns Informationen übers Netz, gell, also Netz-Stadt, und da sind, ja, da sind eigentlich viele Informationen drinnen, gell, gell, da sind Informationen drinnen, die in der Prozesskommunikation betreffen, sind Informationen drinnen, die dann eben, ähm, den IP-Stapel dann, ja, und jetzt geht es nicht mehr weiter, geht es schon noch weiter, gell, also, ja, da ist da so einiges drinnen, gell, mhm, okay, also Netz-Stadt, das ist ein Klassiker unter den, äh, ja, Netzwerk-Debug-Tools dann eben, gell, gell, zeigt mir Verbindungen an, gell, und, 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 gell, okay, so, äh, ist ein kleines Mannstern aber, gell, was ich aber liebe, ist ein kleines Nmap, gell, und ich habe gehört auch, gibt es Schüler, die lieben das auch, gell, also Nmap, gell, das ist so wie ein kleiner Spürhund, das ist ein Sniffer, gell, mhm, okay, und ich kann aber da mal sniffen gehen, und was ich auf jeden Fall darf, ich darf lokal sniffen, gell, okay, und das heißt, ich gehe mal lokal schauen, was hier alles so offen ist, gell, und das habe ich hier alles gelaufen, das sind die Standard-Ports, gell, also Port 22 SSH läuft, gell, es läuft ein Webserver, gell, ein lokaler, und es läuft hier der Druckerserver, gell, und es läuft eine MySQL-Datenbank, das läuft hier auf meinem kleinen Laptop, gell, äh, in der Schule hätte man da schon eine Liste, die wäre ja viel, viel länger, fünfmal so lang vielleicht, gell, und das sind die offenen Ports, gell, die Dienste, die wir laufen haben, gell, und ja, wenn das dann nicht mehr stimmt, dann ist es verdächtig, gell, also das muss man aufpassen auf so etwas, gell, und, ja, das ist, und Nmap, das ist ein Sniffer, und da müssen wir aufpassen, gell, Ah, Nmap zur Kontrolle der eigenen Maschinen ist ein wertvolles Tool. Wenn wir fremde Maschinen scannen, gell, dann können die vielleicht beleidigt sein, weil das ist wie so, wie durch die Stadt gehen, oder durchs Dorf gehen, und schauen, ob die Türen offen sind, gell, überall mal ein bisschen dran schütteln, gell, und das ist vielleicht nicht so toll, gell, okay. Also, Nmap wäre also ein Instrument, wenn wir es für uns anwenden, gell, dann ist es ein wertvolles Instrument, um das Netzwerk zu debuggen, wenn wir Nmap aber auf fremde Maschinen anwenden, dann kann jemand auch dann beleidigt sein darüber, gell, okay. Also, da muss man schon ein bisschen aufpassen mit diesem Nmap, gell, okay, ja. Aber, ja, auf jeden Fall. Es gibt noch etwas, Nmap, zeigt mir noch Bordzeichen, es gibt etwas, das heißt, die CP-Dump, gell, so, schon hier, diese B-Dump kann ich ein Interface angeben, weil, in B2S0 zum Beispiel, gell, und der Device ist noch da, so, ich habe sie runtergefahren, gell, okay. Also, ich kann dann mit dieser B-Dump den Netzwerkverkehr auf einer Schnittstelle aufzeichnen, und das ist ein starkes Instrument, ich kann also wirklich den gesamten Netzwerkverkehr mit diesem B-Dump mitlesen. Und, ja, diese Möglichkeit, gell, liefert mir gewaltig viele Daten, gell, und in dem Moment bin ich aber schon halb in Teufelsküche, gell, weil darf ich das machen, gell? Ja, bei mir zu Hause auf meinem Laptop schon, gell, darf ich es in der Schule machen? Ah, in der Schule? Nicht mehr so, gell, weil wenn ich in der Schule diese B-Dump mache, dann lese ich Sachen mit, die vielleicht privat sind, die unter dem Datenschutz liegen, gell, okay. Wenn ich das aber mache, um das Netz zu debuggen, weil das Netz vielleicht nicht funktioniert bei der Installation oder so, dann kann das ein Instrument sein, gell, und dieses TCP-Dump, gell, das liefert so viele Daten, gell, dass es eigentlich für uns Humanen, gell, dann ja nicht so wertvoll ist, gell, und da gibt es ein Tool, ein bisschen Geduld, gell, alte Lehrer, genau, Wireshark da ist, gell, also Wireshark, das ist ein solches Analyse-Tool, gell, für einzelne Schnittstellen, gell, und das ist da so grafisch aufgemacht, und dann kann man hier, ja, einiges herauslesen, gell, und so, um, ja, den IP-Verkehr zu überwachen, ist das eines der beliebtesten Instrumente, gell, also während dieses TCP-Dump ein, zwar ein tolles Instrument ist, gell, aber eben uns mit Informationen zerschlägt, gell, ist Wireshark dann etwas, was dann auch, ja, bedienbar ist, sagen wir mal so, gell, und man kann dann auch bestimmte Sachen filtern und so weiter, gell, also das ist dann schon nützlich, gell, okay, legal, im eigenen Netzwerk, gell, ja, wenn wir zum Beispiel in der Schule sind, und dann von allen Leuten was mitbekommen würden, da sind wir dann schon über der Grauzone hinaus, dann dürften wir es nicht mehr machen, gell, okay, ja, ja, dann wollen wir für den ersten Abschnitt mal Schluss machen, gell, und, äh, was wünsche ich mir, ich wünsche mir, dass ihr diese Sachen ausprobiert, gell, okay, also nicht auf dem Rechner von der Mama, gell, oder von Tata, gell, okay, also ihr müsst das auch nicht unbedingt auf euren Produktiven da machen, aber ihr könnt zum Beispiel eine kleine virtuelle Maschine installieren, und dann könnt ihr Networking spielen, gell, okay, also das darf man, mhm, gell, da kann man dann spielen, und da kann man dann auch nichts kaputt machen, gell, das ist dann eine tolle Sache, mhm, viel Spaß! Zum Schluss,airs! Zum Schluss, Eurovision, unter anderem im Grund?, wenn ich mir noch mal da ansiedeinere, kann ich mich noch nie mal rausgehen, Und jetzt kann ich mir, wenn du da, was mir mal rausgehen,